ja philip ist einfach zu schwach hallo hier ist jonas hallo wenn ich wieder und alter ganz vergessen dass er auf der grünen noch viel schlimmer ist mit dem scheiß neben hier man sieht überhaupt nichts geht das eigentlich noch irgendwann weg ich glaube ich mach das später so ja jetzt jedenfalls schöner turm den wir aber nicht hoch ganz hochkommen oder die scope deswegen gehen wir wieder raus auch wenn die musik geil aber die labania musik ist auch cool so ist noch relativ grusig und jetzt jetzt ist überhaupt nicht mehr grusig naja ist egal heilen 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 so pokémon sind wieder topfit und wir wollten ja philip trainieren was irgendwie voll langweilig ich hab gar keinen bock philip zu trainieren ja philip ist einfach zu schwach so gehen wir gleich mal hier lang denn wir müssen ja zunächst zum nächsten stadt wo eine gehre gerda gerda ach ja ich wäre gern da ein pipi 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 oh mein gott war das schlecht so jetzt lass mich aber mal wünschlos machen bitte genau was man kann das nicht einfach mal schneller kampf sein dass ich jetzt zwei attacken mache und dann ist tot es muss erst noch eingeschläfert werden es ist fast tot aber es muss noch eingeschläfert werden da muss ich ewig aufwachen da muss ich noch eine attacke machen boah ja spotlight jetzt oh man kunde das ist kein doppelkampf man schon richtig geil die aufnahme egal flucht wer vom pipi steigt es flucht sehr viel deswegen steigt der fluchtwert ja aufgewacht so tot tot 319 erfahrungspunkte ein weiteres bp und nee wo ich ja philip auch noch in der nächsten arena trainieren könnte aber in der nächsten arena muss ich auch ein bisserl noch paul trainieren damit paul sich mal entwickelt naja ich werde das schon irgendwie kriegen ne wir schaffen das ja willstoß ich mache hier einen willstoß ja komprimator jetzt oh man ey philip du hast so scheiß attacken muss man was neues erlernen los ich hätte fast ah mrr wieder dasselbe mist ich kotze so alter fast tot fast tot ich wiederhole fast tot ist das pipi und ein weiteres mal setzt es gesang ein und philip ist natürlich eingeschlafen weil gesang auch trifft hundertprozentig natürlich ganz logisch boah ja super das hat einmal komprimator gemacht und philip trifft überhaupt nicht mehr soll das äh brech ah ich rasse aus tross Oh hallo ein spieler ja ein glücksspieler der spielt wohl auf glück Spieler rape Och mann, Philipp Bist du schwach Ich werde Erik haut mehr rein Schnüffler Schnüffler Schockbälle Komm, hör, hör 232 Erfahrungspunkte Vulpix Jemand Philipp ist echt für nichts zu gebrauchen So Alter Könnt ihr alle Brüller oder was? Das ist ja der Brüller Knieklatsch Yeah Philipp erhält 162 Erfahrungspunkte Spiel Erik wurde besiegt Wow Wow So Jetzt mach mal ein bisschen mehr Damage Meine Fresse Toll, jetzt kann ich Ruckzuckip gleich abschreiben Boah Komm Ernsthaft Ein Windstößchen Und ein Ruckzuckip Ruckzück Ruckzücke Rücksück Rücksück Oh, Slymog Hab ich jetzt überhaupt keine Lust das mit Philipp zu machen Deswegen nämlich das Paul 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 Slymog Streber Gerrit Setzen Slymog ein Glut Slymog 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 739 Erfahrungspunkte Yeah Und ein weiteres Limer Ich kämpfe jetzt einfach mit Paul weiter weil ich keine Lust habe mit Philipp zu kämpfen Philipp Philipp Philippe Philippe Paul wurde vergiftet Vergiftet Philippe Glut Philippe Vergiftet Paul Ja Günter 528 Pokedollar Yeah Oh Herr Paul wurde vergiftet Mach scheiß drauf Paul kann sterben Interessiert sowieso niemand So, was ich einmal nachgucken wollte Was aber sehr unwahrscheinlich ist, dass ich eine Oh Das hätte ich jetzt nicht gedacht Das ist eine TM habe, die Philippe erlernen kann Naja, dann machen wir mal dafür Tackle weg Weil Ruck2Keyb ist genauso stark und es hat die Erstschlag Garantie Rudr So, lalala... achso... ja, das ist ja immer noch vergiftet Schaf Möh Mö So Ähm, jemand, Erik jemand Sonst was da Jo Jo und mais Mo절,å,como Du Mojo Wuh Achso Nora und Jo Pipi Buh So jemand weniger angriff von pp und formelhof ja super dann werden wir gleich mal unsere neue tm ausprobieren und jemand macht einfach mal der tracht gut ja zieht alle aufmerksamkeit auf sich blablabla dafür ist es jetzt tot tracht gut krass dass jemand schneller ist als philipp gedacht hier war es also ist halt blockiert mann stoß was jetzt passiert du bist so dumm du greifst deine eigenen kameraden an das ist auch blockiert das nervt rachen wurde auf blockiert erzähl mal auf meine attacken zu blockieren blödes pummelhof Meine Fresse ist dann immer schön. Wrestling. Jetzt kommt's auf die Fresse. Alter, wie viele Träner das ja auch immer sind. Ich muss auch gegen jeden einzelnen Helm. Ich frag mich, ob man das irgendwie etwas interessanter gestalten könnte. Oh, Otto. Hallo, Otto. So, Valkes. Valkes, ja, nicht mich anzugreifen. Oh, er hat es gewagt. Alter. Jemand ist einfach nur schlecht. Äh, gut. Philipp ist einfach nur schlecht. So, mit Pause. Mit Rohr vermindert Angriff. Ja. Smog. Alter, wieso werden die alle vergiftet? Oh Mann, das ist doch kacke. Da muss ich ja dann in Pokémon-Setter gehen. Das mag ich doch gar nicht. Aquaville. 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 Ja, wurde durchgefallen. Bla bla bla. Biss und tot. Tot. Ah, ha, 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 ha. Tot, 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 tot. 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 Krieg. Weltherrschaft. Weltherrschaft. So, letzte Trainerin, dann gehe ich erstmal in Pokémon-Center. Pokémon-Center. Center. Philipp. B-b-b-b-b. Schickt ein kleines Mini-Philip in den Kampf. Und unser großes Philipp wird natürlich hoffentlich das Mini-Philip töten. Oder auch nicht. Oder doch. Yeah, wie geil. Aber viel Erfahrungspunkte gibt das nicht. Und ein Pikachu. Wow. Da schicken wir doch gleich mal Erik in den Kampf. Wer ist besser? Ich bin besser. Alter, fünf Pokémon, ist das euer Ernst? Ich dachte mir, ich nehme noch schnell eine letzte Trainerin in die Folge. Und der hat für den Pokémon supergeil, gleich globalisiert. Also die Statuswerte von meinem, äh, sta... Ja, die sta... Was ist denn die Mehrzahl von Status? Stati? Statusse? Stati... Die, also die Mehrzahl von Status von meinem Pokémon sieht ziemlich scheiße aus. Sage ich jetzt einfach so. Wow. Vermindeter Angriff und... Wird durch Gift verletzt und... Drachenwut und... Tooooot. Ja. Nur weil Rathwarz so wenig Leben hat. Wir nehmen doch schon Rathwarz in seinem Team. Und ein Dinoran weiblich als letztes. Ach ne, als vorletztes. so viele so viele pokémon so viele pokémon so viele pokémon oh mein gott so viele pokémon ich muss ganz viele pokémon töten jetzt habe ich schon wieder drachenwut gemacht obwohl ich gar kein drachenwut mehr machen wollte miss 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 und es ist tot nein ist immer noch nicht tot da scheiße warum haben wir es mehr als 40 kp das ist doch kacke warum mehr als 40 kp ich soll nicht mehr als 40 kp haben so oh mein gott nicht sterben nicht sterben nicht alles wird unterwegs wahrscheinlich sowieso sterben aber ist ja jetzt egal denn ich die gleiche pokémon center alter immer noch ob das stoppe zieht euch die vergiftung ja super dann mache ich meine bis mal gucken ob es klappt leider nicht macht heuler das macht lacht mich aus weil ich jetzt tot bin das mal klingt so wenn ich mal philip das schafft so philip machen wir eine euro als gut philip jetzt bin ich zufrieden mit dir habe ich eine euro als überhaupt herbekommen egal in fort ich müsste jetzt mehrere pokémon von mir sterben oder ach so ist ja schon und ich sag mal auf wiedersehen und bis zur nächsten folge ein